Viele kennen sicherlich das Problem, dass das originale Halteblech an der Sitzbank gerne abreißt oder eure Sitzbank irgendwie mal krumm steht. Und wer hier nach einer günstigen Lösung sucht, ohne gleich das Unterteil hier tauschen zu müssen, dem kann ich nur das Reparaturblech hier empfehlen. Aus Edelstahl, 3 mm Stärke und in dem Set hier enthalten, auch noch mit der passenden Niete. Das ist eigentlich was ihr dafür tun müsst. Entfernt die Haltenase, wenn sie nicht schon abgeflogen ist, und dann ein paar Löcher bohren mit einem 4er Bohrer und das hier annäten. Und genau das mache ich jetzt schnell. Das ging jetzt wirklich easy und schnell. Die Sitzbank ist wieder einsatzbereit und kann montiert werden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Probleme erkennt und ob ihr vielleicht auch schon so ein Reparaturblech montiert habt.